Wir haben ja schon eine gute Bildungsstruktur bei uns in der Region, aber ein Studienort, ein Studienangebot für Menschen, die Beruf, Familie und soziale Eingebundenheit miteinander kombinieren wollen, dafür hatten wir bisher kein adäquates Angebot und das haben wir jetzt mit der Hochschule, mit diesem digitalen Lernort in Halzenberg endlich auch und das freut mich sehr. Ich glaube, dass das ein sehr zukunftsfähiges Modell ist und zwar einerseits, was die Inhalte betrifft, das Konzept, mit dem hier gearbeitet wird und andererseits aber auch mit der Idee, sozusagen Bildung hinaus in die Region zu tragen. Der Vorteil ist, dass man einem Unternehmen nicht verloren geht, wenn man bewusst begleitend studiert, das heißt für das Unternehmen, ich kann mich verlassen, dass dieser gute Mensch bei mir bleibt und das heißt für den Arbeitnehmer, ich habe meinen Job nach wie vor sicher und zwar hier am Ort, wo ich vielleicht ein Haus habe, wo ich vielleicht Familie habe. Was ich einfach super finde, ist, dass das Studium praxisbezogen aufgebaut ist. Also man hat immer irgendwo, das wird immer wieder zurückspiegelt in die Praxis, auch von Professor Stoffel, in der Betriebswirtschaft zum Beispiel, immer praktische Beispiele und das ist echt super. Kening ein, das kommt schon mal Pläne an precauna, weil ich sehr, sehr korrig bin. Also gleichETH. Die